hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der challenge auf dem zweisternhof mit dem mikado place xd andy und dem tiger farm hallo so andy ist heute ein weiteres lu was heute mal aus hilft beziehungsweise die nächsten tage bei ihm könnte gerne mal auf twitch vorbeischauen der hat noch ziemlich wenige follower einfach mal draufklicken einfach mal vorbeischauen so wir starten die lu sind schon aufgeteilt andy ist heute erstmal bei mir die teile fahren dann bei mikado dann schaut man wünsche viel spaß und bis später so mit dem kopf was sollte ich jetzt noch mal tun du sollst oder sie sollten für feld 16 sollten sie mit weizen oder ne warte hatten sie schon das ist ja gut dann fällt 21 auch mit weizen 21 bis später bis später ich bemerke gerade da ist noch ja mit weizen ich habe nämlich was ganz ne eigentlich ne ich bemerke gerade noch dass ich auf feld 21 stroh drauf habe das wäre jetzt nicht so gut wenn er das einfach weg macht ja ist doch egal nee ich brauche das für meine kühe später ich hole mir das jetzt einfach was hast du was dagegen alles gut ja ja wir werden heute und mal ich mute mich mal kurz wir werden in den nächsten tagen gucken dass wir unser zeug verkaufen was wir hier angesammelt haben an getreide dadurch noch ein bisschen geld generieren und dann liegt die schafe voll machen also dass wir die 80 schafe haben das ist auf jeden fall der plan für den nächsten paar folgen ich hoffe mal das kriegen wir hin und mikado macht irgendwas anderes so gut also ich meine kannst du es auch laut zeigen früher oder später werde ich es sowieso in deinem video erfahren ja aber vielleicht ist besser wenn es erst später ist erst mal sind ball natürlich dran ich meine das ist ja bekannt dass wir gerade ballen pressen oh nein warte mal um was für eine breite hat um ab und wo fährt er gerade hin wies ich nicht ah ok er hat auch schon bemerkt dass er falsch gefahren ist hat gerade zurück muss einfach an meinem Feld vorbeigefangen was für eine Sähmaschine hat er ich glaube die Horst DZ9 ich glaube dann werde ich das noch nicht hinbekommen alles vor aufzusammeln 20.30 Uhr haben wir angefangen wir müssen diese folge auf jeden fall reinhauen was das die silageballen angeht so ich hoffe man hört im hintergrund nicht die sirenen vom fernseher von deinem oder meinem äh hier bei mir ne der hat nicht die Horst nicht? ne ne der hat auch die von wie muss ich das noch mal ne 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 sag ich doch ne ja dann könnte ich das vielleicht doch noch ja wenn ich meinen äh Ladewagen anschalten würde dann würde ich das glaube ich auch schaffen ey und auch noch runter machen aber ich vergesse ich auch wirklich schon also das letzte L.U. was hier bei mir gearbeitet hat hat ein bisschen schlecht gearbeitet muss ich sagen da muss ich leider schon wieder Kritik am L.U. üben war wohl er war ja noch ein Anfänger oder ich ja noch ein Anfänger genau ich wollte gerade sagen er war wahrscheinlich ein Azubi immer noch mal hier in ein A ben voll nice ich glaub Andy hat ja auch was vergessen ah ne ah ne dafür alle grad mhm mhm ich bin gerade was am überlegen Oh, 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 da ist gerade, ich fliege einfach. So. Dann. So. Ähm, Ballenpressen ist natürlich nicht so jetzt das... Aua, super krasse Geschäft. Was ist los? Ich bin gerade immer noch am Überlegen. Da ist jemand im Hintergrund zu hören. Wenn ich mir das angucke hier, da ist so schlecht geschwadet, ganz, ganz ehrlich. Da muss man fast sagen, ich gehe nächstes mal dasselbe machen. Oh. Fällt mir ein, dass das LU eigentlich nur einen anderen Auftrag erledigen sollte. Da habe ich gerade meine... jetzt mein Hintergrund geschrieben. Ja. Äh, gleich wird geschlafen, gell? Ah ja, jetzt hat man ihn auch gehört. So. Dann. Hm. Ich muss das LU gleich mal auftragsmäßig ein bisschen abziehen. vermutlich... Ah, so. Schlafen. Tup, tup, tup. Jawoll. Hä? Da werden jetzt der Traktor hier umgedreht. So, ich gehe mal kurz zum LU. Ja. Klopf, klopf. Ja. Hallo. Äh, darf ich kurz um Auftragsänderung bzw. Zwischenaufgabe bitten? Ja. Äh, mit meinem Düngestreuer beide Felder düngen. Das kriegen wir wohl hin. Äh, Düngestreuer müsste drüben beim Silo stehen irgendwo. Ich hoffe da ist noch was drin. Ja. Und anschließend eben weiter mähen. Äh, Schwaden. Das kriegen wir. Gut, danke. Oh. Ist durch? Nein. Okay. Oh, halt den Ballen, den sollten wir nicht überfahren. Danke schön. Äh, Herr Tigerfahren? Ja. Können wir die Rechnungen zusammenfassen dann? Äh, ja. Zum Ende des Tages. Ja, können wir so machen. Okay. Super, danke. Bis später. Bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Ja, super. Das war nämlich wichtig, dass wir das noch geändert haben. Also in den nächsten Folgen werde ich auf jeden Fall ne Menge Geld machen. Ja? Ja. Schauen wir mal. Ich glaub schon. Das ist echt ne Menge ich. Er fährt nicht weiter hier. Ach scheiße, gleich muss ich auch noch das Feld düngen, ne? Ist ja noch gar nicht gedüngt. Ach. Das fällt mir grad schon ein. Ich fahr ein bisschen wir hier rum, muss ich sagen. Ich bin irgendwie... Sieht ein bisschen planlos aus, glaub ich, wie ich die Schwade hier verkleine. Oh, da muss man ja putzen bei den Schafen. Oh oh. Boah. Hat der Case einfach mal über den Ballen drüber gesetzt. Das war ja... Also der Herr Tigerfarm, der macht seine Arbeit eigentlich schon ganz gut. Mhm. Vor allem hilft er mir irgendwie voll. Weil er, ähm, geht extra da die Stellen lang, wo kein Stroh mehr liegt. Ich hab jetzt extra auf der anderen Seite angefangen, damit wir uns so entgegen kommen. Aber er macht genau die Seite, wo noch kein Stroh liegt. Macht er dann einfach weiter. Das ist doch gut. Eine LU mit Kappchen. So einen guten LU braucht man. Die braucht man. Ah. Da hat das LU wohl ein kleines Problem grad mit der Bereifung. Hallo. Eine Frage. Ja? Ja. Ja, bitte. Wannst du, will ich einen Traktor mit Fliegen überreifen? Nein, leider nicht. Äh, Sie haben aber einen Servicewagen. Gut. Dann werde ich gehen. Und mal immer um vorne. Warte. Sorry für die Umstände. Ein bisschen sehr leise, der Herr. Ja. Hab ich auch schon so genommen. Stimmt. Die Pflegebereifung, die habe ich hier leider nicht am Start. Also meine Traktoren sind schon echt ganz schön schmutzig. Muss ich bald auch mal waschen. Tja. Meine Sachen sehen auch aus, wie ich sah. Sind hier, ist hier eigentlich die Waschstation drinnen? Nee, ne? Schau. Egal. Boah, wir haben ja auch echt sau viele Hallen drinnen. Ja. Wieso hast du dir eigentlich, hast du dir den Wassertank geholt? Den Wassertank? Ja. Wer weiß das schon so genau. Kann man hier nicht alles verraten hier. Ja. Ja stimmt, aber deine Videos können das. Tja. Hast du die anscheinend nicht aufmerksam genug geschaut? Haha. Ich habe nicht alle geguckt. Ich habe nur gehört, dass Tiger Farben dir gesagt hat, dass du dir den kaufen sollst. Aber ich habe dann nicht weiter gesehen, ob du den im Gesicht gekauft hast oder nicht. Genau, dass es eine Möglichkeit wäre, hat er gesagt. Da hattest du irgendwas mit 7.000 Euro oder so. Äh, keine Ahnung wann das war. Ich erinnere mich nicht daran, wann ich mal 7.000 Euro hatte. Ich schon. Das war irgendwann so um die 20. Vollwährung, glaube ich. Denke ich. Okay. Weiß ich nicht. Aber ich glaube schon. Meine. So. So, das ist viel zu viel, was ich hier nebenbei noch fahren muss. Weil er schlecht geschwadert ist. Also der macht das echt mit Köpfchen. Ich habe ihm gesagt, der kann extra über den Stroh drüber fahren. Aber macht er nicht. Er wartet, bis ich hier vorbeikomme. Das ist doch gut. So muss das. Wir geben weiter Gas in Silageballen, wickeln, pressen. Ich glaube, da werden wir die nächste Folge auch noch damit zu tun haben morgen. Weil, wenn ich daran denke, dass die Wiese 1 noch gar nicht geschwadert ist. Hui. Okay. Das war ganz schön knapp. Beinahe werden wir zusammengekratzt. Und vor allem liegen hier schon so viele Ballen. Ich meine, dass das Server nicht dann anfängt ein bisschen zu lecken. Ein Eis? Hm? Ein Eis? Ne, ich möchte kein Eis, danke. Nein, ich meine, ob der Server ein Eis... ...meckt. Nötig? Ach, ja. Das bereitet mir doch immer die Freude, wenn wir dieses Challenge-Projekt aufnehmen. Weil das ist halt schon echt eine große Herausforderung. Ja, man muss sich halt ein bisschen strukturieren und überlegen, was sinnvoll ist. Man muss das mit Köpfchen machen. Oh, ich sehe gerade, so viel wurde mir gar nicht abgezogen in der Nacht. Ja, eigentlich auch nicht. Mir wird gar nichts abgezogen. Gar nichts kann nicht sein. Für deine Geräte muss dir ja was zahlen. Ja. Also, bei mir stand zumindest nichts. Ich glaube, die Zinsen waren 1400. Ich glaube, so 2000 wurden mir abgezogen. Kredit. Muss ich halt gar nichts bezahlen. Nee. Boah. Ein Pferdes L.U. hier voll in mich rein. Was ist denn los bei dem? Ja. Ups. Ja. Machst du etwas in der Getrage? Na ja, was? Was? Welche Dünger überhaupt? Ich sehe gar nichts. Nein. Oh, ich muss ja auch noch düngen. Kacke. Wo steht denn überhaupt mein Dünger? Ach so, was ich vorhin sagen wollte hier. Kredit. Ich hatte ja schon erwähnt, dass bei mir das Geld die Investition für mich arbeitet. Hatte ich schon mal gesagt. Irgendwie ja nicht, ne? Schauen wir mal. Am Ende wird es sich auszahlen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde es eigentlich voll krass, wie die Schafe eigentliche verändert haben im LS 19er. Die Schafe? Ja, also die Wolle generell, wie viel da produziert wird und wie viel das einbringt. Weil guck mal im LS 17er, da hattest du ein Wollteil in der Palette. Und es hat schon über 11.000 gebracht oder 12.000, je nachdem wie der Preis war. Ja, da war ja in einer Palette 4.000 drin. Ja, ja. Und das ist halt schon echt krass, wie sie das hier verändert haben. Und vor allem auch mit dem Preis. Da bringt er jetzt eine Palette, keine Ahnung, 3.000 bis 4.000 oder so. Genau, eine Palette hat 1.000 drin. Ja, das haben sie ein bisschen arg weit nach unten korrigiert, finde ich auch. Ich wollte gucken. Wo denn mein Dach? Ach, na toll. So. Wir sind aber in einer Minute auch schon soweit. Ende der Folge. Ja. Wir müssen ein bisschen drauf achten, dass wir, ups, nicht wieder anfangen, so arg krass zu überziehen. Wir müssten nochmal halbe Stunde folgen. Was? Alles Problem. Problematisch. 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 Ich glaub so weit müssen wir hier gar nicht. Ich glaub da hinten ist schon wieder. Ey, stehen immer noch überall deine Paletten rum. Meine? Ja, mit dem Düngerstreu, Kalk, äh, mit dem Kalk, äh, Dünger, und Saft. Kalk kann gar nicht sein, Kalk brauchen wir ja gar nicht. Ja, aber Kalk steht hier rum. Ja, aber wieso sollte ich Kalk kaufen? Na, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall nicht von mir. Können wir gleich mal das LU fragen, weil wir sind sowieso am Ende. Ich zieh dich mal hoch. Ja, moin. Hallo. 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 So, wir sind am Ende der Folge angekommen und Mikato hatte noch eine Frage. Ja. Äh, hatte einer von euch Kalk gekauft? Oder hat mal einer von euch Kalk gekauft? Nein. Gummis. Okay. Ich glaube aber nicht. Ja, das steht aber schon seit, locker seit der fünften Folge hier. Also, LU auch gar nicht. Ja, aber Kalken ist doch aus, oder nicht? Ja, Kalken hast du auch gescheitert. Okay. Naja. Äh, dann gucken wir irgendwann mal, ob ich das einladen kann. Wenn ja, dann packe ich die Paletten weg. So, aber ich bedanke mich bei euch erstmal herzlich fürs dabei sein. Äh, die Abrechnung? Ja, bitte noch. Ja. Ja, bei mir. Wie viel macht das? Ähm, das macht dann 1600. Bei wem? 1600. Bei mir. Bei Mikato. Okay. Bei mir? Äh, machen wir einfach mal Trinkgeld. Dankeschön. Das ist aber großzügig. Das könnte man auch Bestechung nennen. Nee, also Bestechung ist das nicht. Äh, glaube ich auch nicht. Also es ist einfach nur besserer Verdienst. Das ist einfach nur gutes Arbeiten. Wenn ich mal sehe, wie gut Sie gearbeitet haben, gewartet, bis ich extra mit dem Ladewagen vorbeikomme. Ich bin extra da lang gefahren, keinen Strom erlacht. Das ist einfach nur gutes Arbeiten. Wenn ich so viel Zeit spiele, bitte. Ich bin extra mit dem Ladewagen vorbeikommen. Ich bin extra mit dem Ladewagen vorbeikommen. Ich bin extra mit dem Ladewagen vorbeikommen. Ja, so ist es halt. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder alles. Und... Am besten alles. Genau. Ja. Bis morgen. Ciao. 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 Ciao.